Und dann bringt es uns eigentlich recht wenig, wenn wir da noch weiter draufhauen. Deshalb heißt es jetzt wegrennen. Allerdings werden jetzt noch zwei Pflichtkämpfe gegen das Monster kommen. Das eine werde ich jetzt genauso machen wie gerade eben. Das heißt, Quisar Kotl und dann wegrennen. Und im dritten Kampf werde ich dann etwas länger draufhauen. Hier ist jetzt der zweite Pflichtkampf. Man sieht es, ich kann nicht weglaufen. Im dritten wird ich halt versuchen, die fünf Charity-Punkte zu bekommen, was halt relativ schwer und auch zeitaufwendig ist. Deswegen rege ich mich auch gerade relativ auf da, weil wir unnötigerweise Zeit verlieren. Naja, ich meine, wir haben jetzt schon fünf Minuten verbraucht, obwohl der erste Kampf nicht mal eine Minute hätte gehen sollen. Wo ist Quall? Mann. Das kann man schauen. Vita. Vita. Zauber ich erst mal. Vita. Naja, jetzt habe ich schlafen. Verdammt. Ich muss mir die Leute eigentlich heilen. Nur 20? Oh, ist der schlecht. Fuck. Er hat so viel gebracht, dass ich wieder keinen Bock habe. Also? Oh. Was soll das eigentlich die Wege sein? Oh, 1.800! So macht man das! Gut, jetzt rennt's! So, und der letzte Pflichtkampf kommt jetzt hier auf der Brücke und zwar, ihr seht's wie rein weg Ah, der ist noch ein bisschen schneller als hier, aber genau, da springt er hoch und erwischt uns auf der Gegenseite So, jetzt werde ich versuchen, mit allem was geht, den irgendwie zu erledigen Egal wie Aber ich werde jetzt immer noch auf die Zeit gucken, weil Ja, das kostet halt auch viel Zeit, wenn ich jetzt mal eine Gäff ruf und dabei bin anzugreifen Oh, jawohl! Also es ist gut, wenn er angreift und wir die Gäff drin haben, weil sonst verdienen unsere Leute ungültige Energie Unsere Gäff haben hier auch einiges So, Küserkottel ist dran Mal gucken, ob ich hier an die 1.800 drankomme Oh, 2.10 Müsste eigentlich, ja, um die 1.800 drankomme Machen auf Boah, 1.800 Also der Gegner hat ungefähr, ähm, wie viel hat der? 5.800 glaube ich Also wir haben uns 1.800 abgezogen, das heißt er hat noch 4.000 Gucken, ob wir die 4.000 noch irgendwie hinkriegen Und nochmal 800 drauf So, 3.200 hat er noch So, 3.200 hat er noch So, 700 nochmal drauf Oder 800 Äh, 3.700 Äh, 2.400 müsste er jetzt noch haben Das heißt 3.000 noch 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 4.000 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 noch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, da steht er auf Er hat sich schon selbst repariert, ja, man sieht's Ja, okay, dann werde ich halt gucken, dass ich jetzt Schieber angreifen lassen, an dieser Kottel, und dann lasse ich sie wegrennen Also zeitmäßig wird das nix Leben alle noch? Ja Ja, wie gesagt, also zeitmäßig wird das alles verzichten So, jetzt nochmal Krizzakottl und dann heißt es Lauf Oh, los geht's Nein Fuck Ja Ist auch egal, ob es eigentlich trotzdem ausreichend wegzukommen Und jetzt zieh ich ab 600, uh Statt's 1700 So, lauft's Mal gucken, ob es das war, wenn es das nicht war, ist eigentlich auch egal Das heißt, es ist auf jeden Fall wegrennen Ja, 50 Abil die Punkte erhalten Jawoll So, ich hab den Hund jetzt extra noch, äh, weggescheucht Ich kann wieder hier nicht Ich kann wieder hier nicht Noch Angst bekommen von der Riesenspinne Boah, Squall hängt nach Verdammt, rennen, rennen, rennen Ah, das schöne Auto Naja Lieber das Auto als wir Auf jeden Fall Lauf, lauft, 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 lauft Lauf, lauft, lauft C-Trop, Rückzug Verstanden Boah, jetzt wird's nochmal heikel Boah, Squall, da ganz hinten Achtung Achtung So, geschafft, wurden, wir wurden von Quistis gerettet Letztendlich mit der fetten Gubling, Alter Gut, das war im Endeffekt die Prüfung Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir es geschafft haben Ich vermute mal ja, wobei ich etwas skeptisch bin wegen dem Rückzugsbefehl Na ja Wie war's Sie haben mich nur behindert, es ist nicht leicht, ein Truppenführer zu sein Ordnung Gute Arbeit Wo ist Cypher? Ja, der ist schon vorgelaufen Lust zum Garten, solange es noch hell ist Nutzt eure freie Zeit Das war's dann für heute So, das war die Prüfung Ähm, jetzt heißt es zurück zum Garten Und das, oder die Testergebnisse abwarten Schon wieder, dieser Arsch Er denkt nur an sich Es hilft nichts Lasst uns zu Fuß gehen Ja, jetzt können wir noch einmal hier durch die wunderschöne Stadt Ballamp laufen Jetzt sieht man auch das Hotel Da ist es Sieht auch nicht schlecht aus, wie ich finde Liste Das Hotel Diem 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 Untertitelung des ZDF, 2020